Anissa Amani stellt den Fans ihren Ehemann Jalil Bergholz vor. In ihrer Story teilt die Komikerin ein Pärchenfoto und verrät, falls ihr ihn noch nicht kennt, das hier ist mein Ehemann, seit vier Jahren die Hände nämlich sicher halten. Der intime Einblick ist eine echte Seltenheit. Normalerweise hält die 42-Jährige ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern. Die Stand-Up-Künstlerin veröffentlicht zudem eine Reihe von niedlichen Schnappschüssen und Schwärmen von einem Rapper. Ich möchte der ganzen Welt von einem wundervollen Charakter erzählen. Deiner Ruhe, deiner Stärke, deinem Anstand. Jalil kommentiert den Post und gerät ebenfalls in Schwärmen. Ich weiß auch nicht, warum Gott mir seine schönste Schöpfung geschenkt hat. Aber ich weiß, dass diese unglaubliche Frau für diese ganze Welt ein Geschenk ist und es nun meine Aufgabe ist, darauf aufzupassen. Doch wer ist eigentlich der Mann, der Inissas Herz im Sturm erobert? Der 37-Jährige ist Musiker und stammt aus Berlin. Genau wie seine Ehefrau steht er in der Öffentlichkeit. Black Panther ist mit Platz 7 in den deutschen Albumcharts sein bisher erfolgreichstes Werk. 2021 wagt er den Schritt ins Fernsehen und nimmt an der Reality-TV-Show Die Verräter vertraue niemanden teil. Inissa und ihr Jalil sind also ein echtes Powercouple und scheinen sich perfekt zu ergänzen. Mengen millionen Z2 korleire